Schalvea kocht Heute Süßes Popcorn Popcorn machen ist ganz einfach Öl auf dem Topfboden Ungefähr, dass alles bedeckt ist, heiß werden lassen 3 Esslöffel Zucker drauf 30 Gramm Popcorn-Mais Deckel drauf Herd aus Poppen lassen Röteln zwischendrin, damit das Karamell sich verteilt Und fertig Das dauert ungefähr 5 Minuten in Echtzeit Rühren Lecker, würde ich sagen Guten Appetit Musik 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 Musik